so ihr lieben zurück zu einer neuen runde lost chaos of ultron dann hoffe ich doch dass jetzt alles in diesem video zusammen funktioniert funktioniert nicht wo sind ja ich hoffe es wird jetzt alles das normal im video komplett zusammen bekommen und ich nicht dass man zusammensteigen muss das wäre auch mal nice das wäre schon mal nicht schlecht das brauchen wir nicht das letzte video ist irgendwie aber warum soll immer alles glatt und fehlerfrei so du 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 Nein, das war ein Falscher. Oh, sammle. Nein, sammle doch. Oh, wir haben es gleich. Die Level 150 haben wir dann. Dann gucken wir uns schnell zurück. Dann erlernen wir schnell den Skill. Dann machen wir noch mehr Damage. Genau. Macht doch. Hallo. Oh, wie läuft es in den letzten Videos? Das hängt euch an. Keine Ahnung. Keine Ahnung warum. Oh, ich sage gleich. Ja, gut. Wir haben noch ein Stückchen bis 150. Dann machen wir mehr Damage. Genau. Dann nehmen wir schön den Skill nochmal. Na, mach Sam rein. Sam rein. Ach, die Erschrecken hier nochmal mit den Skill, ne? Äh, mit den Buffs. Nein, sammle. Ähm, hier. Oh, die Summe. Nein. Sorry. Jetzt. Oh, na gut. Na gut, dann muss man den noch mitnehmen. So, schnell zurückpuppen, den Skill-Alarm, und dann geht's weiter. So, schnell, 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 schnell. Nein, falsche Richtung dahin. So, Heilig. Ich bin eigentlich den ja, genau. Ja, Stufe 1. Ja, gut. Dann können wir die anderen Passiven gleich nochmal mitmachen. Das ist auch, äh, noch euch was schnell zu erlauben. Gut. Dann, du, 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 du. Hier. Komm den hier rein. Und gleich nochmal hinpuppen. Ja. Ich hoffe, dass wir dann eigentlich machen wir ja mit dem noch ein bisschen mehr Kritik. Ne. Ich glaube, gut. Ich glaube, gut. So, dann. Das rein, das rein, den noch mal schnell rein. Und den. Sam rein und. Ja. Putzt. Ne. Außer, wenn man noch nicht anklickt. Das ist wirklich. So. Ne. Lüfter. Ja, bringt mehr. Ja, bringt mehr. Ein bisschen mehr Damage. Ne. Außer, wenn wir vorbeilaufen. Ist es denn? Entschuldigung. Der hält so kurz. Ja, gut. Wir haben ja von den Dingern hier noch ein. Und daher. Ja. Oder wir haben ja dann so spontan rein. Schade, dass das hier mit den BG-Skills nicht funktioniert. Dass man den dann verlängern kann. Ich bin mir sicher eigentlich, dass das nur normalerweise machbar gewesen ist. Dass man den dadurch, dass man die Ignieder durch verlängern konnte. Durch, äh, naja, hier. Ich hier. Baff. Ihr Skill. Glaube ich brauche ich mir sicher. meine Katze. Die schnorcht mit dem dann halben weiter. die neue club wir könnten eigentlich schon ein paar voranlegen aber ich habe die glaube ich konnte nicht gekauft ich konnte nicht gekauft haben gut möglich sehr gut meine katze kipps auf ich habe nicht geguckt wie hoch wird die dann auch echt jetzt vorbeigelaufen wie hoch wird dann aber mit den nächsten martin scale machen kann das war ja so gut wie die bei es wird verpassen wir sehen warum man rennt ja immer die schniewand nein so das da ist mal klicken wir brauchen bestimmt noch mal guten neuen titel ich guck mal vielleicht noch mal in der nächsten folge eine titeljagd zum ort die titel es gibt mensch sammeln doch ist eine titel quest gibt 52 schon mal es gibt braucht jemand rachweiler damit hierher zu mir sammeln warum sammelt denn der ich krieg es doch an das hängt am baum könnte 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 muss aber nicht so du du noch mal die knie ich freue mich schon wenn wir dann selber sammeln können aber ich glaube das war ja wie hoch sind die mit 164 erst bei denen zumindest da müssen wir noch ein bisschen xp sammeln und wir haben 153 und wahrscheinlich gibt es hier wirklich nur cover im cash shop schade ich dachte eigentlich ja ja gut ich dachte eigentlich das aber kaufbau ich mache einfach zu viele ecs da merke ich mir das ist nicht wirklich ich wollte dich ich wollte eigentlich sammeln meine ich wollte sammeln das ist bestimmt noch ein tuch ja die kann ich doch echt jetzt wird man weg hier mit den tuch genau so darum nehme ich ja hinter schluss gut ihr lieben ich hoffe es hat euch gefallen auch mit den vorigen video nehmen müssen die noch mitnehmen weil es dann stört ja auch mit dem vorigen video dass man sich ein bisschen zusammenschneiden müsste weil profumes probleme von den server gewesen ist gut ihr lieben somit mega daumen für euch und tschüss tschüss tschüss